Musik Ich glaube, ich habe das gesehen in den Gesichtern der ganz normalen Polizisten. Soll ich euch was sagen? Die würden am liebsten mit dabei sein. Wird ihr glauben? So, die Leute da draußen sind total verarscht worden durch Lügen, durch diese Medien, die alles verdreht haben. Ihr habt Kraft, aber wisst ihr was? Ich glaube, es ist genau das Richtige, wo eure Kraft gebündelt werden kann. Für unser Land. Es ist unser Land. Es ist das Land unserer Kinder, unserer Enkel und all der anderen Nachfahren. Wir sind gegen die, die unser Land kaputt machen, die uns zerstören wollen. Dagegen stehen wir. Ihr werdet nicht auf die Provokation eingehen. Es ist nicht erlaubt, dass eine Gegendemonstration zu nahe kommt. Das heißt, es ist geplant. Es ist geplant. Und wisst ihr, warum das geplant ist? Wir sollen gestoppt werden. Die wollen die nächste Demo verbieten. Wir sollen gestoppt werden.